Servus, ich bin's wieder, der Markus von Horntools. Heute möchte ich mit euch über das Thema Seilwinden sprechen. Zuerst einmal, wie finde ich die richtige Seilwinde für mich, wie finde ich das richtige Seil für mich und im Anschluss, wie arbeite ich richtig mit einer Seilwinde. Das Thema Seilwinden fängt natürlich beim Seil an. Wir haben unsere Winden alle in zwei Ausführungen, immer mit Kunststoffseil oder Stahlseil. Die landläufige Meinung heutzutage ist ja, dass Stahlseil eigentlich nicht mehr verwendet wird. Aber Kunststoffseil, das Nonplusultra ist. Was so nicht ganz stimmt, da sind wir auf dem Verwendungsbereich drauf angekommen. Es kommt natürlich darauf an, in welchem Gelände bin ich unterwegs, für was setze ich meine Winde ein. Wie zum Beispiel bei Abschleppunternehmen oder wenn man generell mit Fahrzeugen zu tun hat, da hat man oft mit Chemikalien bzw. mit Benzin, Kühler, Frostschutz etc. zu tun. Da ist das Stahlseil natürlich unschlagbar, da die Chemikalien das Stahlseil nicht angreifen. Kunststoffseile können natürlich dadurch beschädigt werden. Oder wie zum Beispiel im Bereich der Feuerwehren oder technischen Hilfsdiensten. Da kann natürlich die Temperatur eine Rolle spielen, wo auch wieder das Kunststoffseil nicht unbedingt gut abschneidet und das Stahlseil auch unschlagbar ist. Dann haben wir noch den Bereich im Offroad, wo auch ein Stahlseil teilweise sehr viel Sinn macht. Wenn ich zum Beispiel im schroffen Gelände unterwegs bin, scharfe Kanten habe, felsiges Gelände, da kann ich das Stahlseil verwenden. Ansonsten hat das Kunststoffseil, wie wir es eigentlich zu 80-90% verkaufen und auch selber verwenden, den Riesenvorteil, dass es natürlich leicht ist, was gerade wenn ich den Berg hochlaufen muss, um einen Anschlagpunkt zu finden, ein wahnsinniger Vorteil ist. Auch wenn die Winde im Fahrzeug verbaut ist und durch das Kunststoffseil leichter ist, ist natürlich das Fahrverhalten weniger beeinträchtigt. Daher haben beide Seile ihre Daseinsberechtigung und natürlich auch ihren Verwendungsbereich. Wenn ihr euch jetzt die Frage stellt, wie finde ich denn die richtige Winde für mein Fahrzeug? Da gibt es mehrere Punkte, die zu beachten sind. Zum ersten Mal natürlich, wie schwer ist mein Fahrzeug? Anhand dieser Zahl kann ich feststellen, welche Größe von der Winde ideal für mich wäre. Ich sage ideal, weil es gibt noch andere Punkte, auf die man natürlich auch noch eingehen muss, um zu schauen, passt das wirklich zu meinem Fahrzeug. Aber wir sagen immer grundsätzlich, das zweieinhalbfache des maximal zulässigen Gesamtgewichts des Fahrzeugs sollte die Winde ziehen können, dass wenn ich mal richtig im Schlamm feststecke, dass die Winde mich dann auch trotzdem noch rausziehen kann, auch wenn ich voll beladen im Urlaub bin. Als nächster Punkt spielt natürlich auch die Größe der Winde eine Rolle. Ich kann mir natürlich die größte Winde, die es auf dem Markt gibt, in mein Auto einbauen, wenn ich den Platz dafür habe. Allerdings ist genau das das Problem, dass ich oftmals in dem Frontbereich vom Fahrzeug nicht genug Platz habe, so eine große Winde einzubauen. Daher muss ich dann eventuell schauen, ob ich eine kleinere Wende einbauen muss, beziehungsweise ob ich auch eine größere verwenden kann. Das ist immer dann speziell mit dem Mechaniker abzusprechen, beziehungsweise mit einem Fahrzeugbauer, ob das Ganze bei dir im Auto passend ist oder nicht. Oder du schaust mal bei uns auf der Homepage nach, da haben wir natürlich für viele verschiedene Fahrzeuge auch schon fertige Einbausysteme, die natürlich dann auch TÜV-fähig sind und mit 100%iger Sicherheit auch in dein Fahrzeug passen. Als nächstes spielt natürlich auch noch die Zuggeschwindigkeit eine Rolle. Bei dieser 4,3 Tonnen Winde haben wir verschiedene Ausführungen von der Geschwindigkeit. In der normalen Variante hat die Winde eine Zuggeschwindigkeit von bis zu 6 Metern pro Minute und in der schnellen Variante, also die Quick-Variante, die man auch immer an dem Q im Produktnamen erkennt, da haben wir eine Zuggeschwindigkeit von bis zu 16 Metern pro Minute. Diese Geschwindigkeit spielt gerade auch im Jagdwinden-Bereich ein großes Thema, da wir hier Winden verkaufen mit längeren Seilen, also bis zu 80 Metern. Und man kann sich ja vorstellen, bei bis zu 80 Metern Seil ist es schon sehr angenehm, wenn man ein bisschen eine höhere Zuggeschwindigkeit hat, da man ansonsten mit dem Wind relativ lang im Wald unterwegs ist, bis man wirklich die Wildbergung dann beendet hat. Bei den Quick-Vinden wird standardmäßig auch unsere Funkfernbedienung mitgeliefert. Diese kann aber allerdings bei allen anderen Winden auch nachgerüstet werden. Also sprich, wenn ich jetzt eine normale Winde kaufe und sage, ich will aber trotzdem eine Funkfernbedienung dazu, kann man diese optional dazu bestellen. Die kann dann in der Steuerbox verbaut werden oder extern angeschlossen werden. Darauf gehe ich aber später noch ein. Immer im Lieferumfang enthalten ist eine Kabelfernbedienung, mit der ich auch, wenn der Funkfernbedienung mal der Saft ausgeht, trotzdem meine Winde immer noch bedienen kann. Wir haben von 0,9 Tonnen Zugkraft bis zu 8 Tonnen Zugkraft verschiedene Seilwinden im Sortiment. Diese Winden gibt es dann natürlich auch noch in 12 und in 24 Volt, sodass ihr sie im LKW bzw. im PKW verbauen könnt. Solltilo Wenn wir jetzt die stoßen und unseren Blüten benrichten. Solltilo